Die Drittliga-Saison steht in den Startlöchern und es geht dieses Wochenende schon los. Wir machen heute eine Tierlist von der Dritten Liga Ost, also wie wir persönlich die Teams einschätzen von der Stärke her. Falls ihr noch nicht kennt, über mir im Bild. Mein Bruder, der Luis, Libero beim SV Schweig in der Dritten Liga. Ihr seht hier die wunderschöne Tierlist S bis E. S ist quasi Gott hier, sage ich mal, das beste Team der Liga. E ist Abstiegskandidat, wenn wir es mal so formulieren. Wir fangen einfach an, von links nach rechts gehen wir durch. Eibelstadt, ich würde sie einfach mal ins B-Tier setzen. Ganz einfach, aus dem Grund, Eibelstadt, wenn ich die Mannschaftsliste mir im Portal anschaue, ist ungefähr gleich geblieben wie letzte Saison. Spielervorstellung auf Instagram, habe ich nur so halb mitverfolgt, aber da sind anscheinend ziemlich viele neue Spieler. Das heißt, ich kann Eibelstadt nicht so wirklich einschätzen, aber die Spieler, die schon die letzten Jahre auch in meiner Dritten Liga mitspielen, sind halt einfach echt gut. Deswegen, finde ich, muss man sie da oben mit reintun. Ich würde sie aber nicht S oder A reinstellen, weil es doch oftmals bei Eibelstadt einfach passieren kann, dass halt ein, zwei Leistungsträger nicht mitfahren, auswärts spielen und sie deswegen halt dann auch Spiele abgeben. Hätte ich auch in B einsortiert. Eibelstadt, eine sehr solide Mannschaft, einfach ziemlich routiniert und auch die Spieler, die jetzt dabei geblieben sind, sind einfach schon ewig lang in der Dritten Liga. Deswegen gehe ich da auch davon aus, dass die wieder dieses Jahr in die Top 5 auf jeden Fall kommen werden und am Ende die Liga in den Top 5 beenden. Deswegen gehe ich da auch voll mit B-Tier. Aber auch viele hören nicht, weil sie auch auswärts nicht immer alle mit dabei haben. Donau-Volleys, ich packe sie einfach mal in C-Tier jetzt am Anfang, wir können da gerne noch drüber diskutieren, ich weiß nicht, ob du da eine andere Meinung hast. Sie waren am Ende relativ lang eigentlich mit im Abstiegskampf, aber man muss auch dazu sagen, letzte Saison der Abstiegskampf war halt keine Ahnung wie viele Teams. Aber ich finde, sie sind eigentlich auch ein echt gutes Team, die die ganzen Deggendorfer, die früher, wo es noch Deggendorf hieß, in Deggendorf Dritte Liga gespielt haben oder viele davon spielen, hat jetzt in Regensburg. Deswegen finde ich ein gutes Team, aber ich finde sie tendenziell einfach von der Leistungsspitze her unter Eibelstadt. Erstmal deswegen im Tier 1 drunter. Ja, gehe ich ungefähr mit, ich würde sie vielleicht sogar noch ein, zwei darunter setzen. An sich haben sie schon sehr gute Spieler mit dabei, aber sie haben auch einige Abgänge zu verzeichnen, die ihnen schon auch wehtun könnten. Zumal zwei Mittelblocker zum Beispiel gegangen sind, ein Auslandgreifer mindestens und ich weiß aber nicht, was so sonst noch Neues dazugekommen ist. Deswegen kann ich es da schlecht sagen. Aber ich glaube, dass ihnen vor allem der Auslandgreifer und einer von den Mittelblockern schon wehtun könnte, wenn sie da nicht einen adäquaten Ersatz bekommen haben. Okay, dann behalten wir uns das mal im Kopf. Wir werden versuchen dann auch noch innerhalb von den jeweiligen Tierstunts zu sortieren, also von links nach rechts nach Stärke. Behalten wir uns das mal im Kopf, ob wir hier auf C oder D einstufen. Und nochmal, das ist einfach nur unsere Einschätzung. Also wir wissen natürlich nicht, wie der Kader wirklich von den Teams ausschaut. Ich habe bisher nur gegen Grafing ein Testspiel gemacht. Ihr habt jetzt gegen VCO und Ölstedt, soweit ich weiß, Testspiel gemacht, richtig? Und Magdredwitz auch. Genau, das heißt, die vier Mannschaften kennen wir grob, aber Testspiele sind auch immer so eine Sache. Ja, da waren auch nicht alle dabei. Genau, deswegen, das ist jetzt alles nur eine grobe Einschätzung und unbedingt, wenn ihr wisst, ihr seid besser oder ihr seid schlechter. Also wenn ihr von einem Team kommt zum Beispiel oder ihr habt schon gegen eins gespielt oder ihr denkt einfach, das ist völlig falsch, was wir da sagen, dann lasst uns doch bitte in den Kommentaren wissen. Da diskutieren wir natürlich gerne drüber und dafür ist das Video auch da. Kommen wir zum ersten Team, wo ich schon mal gar keine Ahnung habe. Delic, Absteiger aus der zweiten Liga. Ich hätte sie aus dem Bauchgefühl. Du hast letzte Saison, glaube ich, gegen sie gespielt in der zweiten Liga, oder? Vorletzte Saison, ja. Vorletzte Saison, achso, okay, dann ist das schon ein bisschen her. In der zweiten Liga waren sie gut, wenn sie so geblieben sind. Naja, offensichtlich waren sie ja nicht so gut, weil sie abgestiegen sind. Ja, in der zweiten Liga waren sie dann anscheinend nicht gut genug, aber für uns in der dritten Liga sind sie auf jeden Fall dann sehr weit vorne mit dabei, wenn sie so bleiben. Wo würdest du sie einranken? Ich würde sie in A einranken, weil ich nicht davon ausgehe, dass wenn du aus der zweiten Liga absteigst, dass dann alle da bleiben. Und das wird ja auch einen Grund haben, dass sie zwei Jahre in Folge, also ein Jahr davor, gegen den Abstieg gespielt haben und das gerade noch geschafft haben und jetzt dann abgestiegen sind. Und deswegen wird das schon einen Grund haben. Aber sie werden, denke ich, auf jeden Fall trotzdem in der Ober- und Tabellhälfte mit dabei sein. Und ich denke, dass sie auch in den Top 5 mit dabei sind. Eine Frage, wie war die Halle, die Stimmung in der Halle und die Fans dort? Ja, das ist ja auch noch eine Stärke von ihnen, das ist die Heimstärke von ihnen. Weil sie einfach auch ähnlich wie Oelsnitz einen Fanblock haben, der wirklich immer gut besetzt ist. Die Halle ist schwer zu bespielen, weil sie sehr flach ist und sie haben in letztes Jahr Schuhkarton genannt. Davor 2.0. Ist einfach schwierig drin zu spielen und ist auch sehr laut drin. Also ich hätte sie auch Bauchgefühl her in A-Tier gesetzt. Ganz einfach, also man weiß natürlich nie, wenn die absteigen, wie viel bleiben, wie viel gehen. Aber ich gehe davon aus, dass die sich nicht komplett auflösen und ich gehe auch davon aus, dass deren Ziel der Wiederaufstieg ist. Deswegen würde ich sie jetzt einfach mal da oben einranken, weil dann auch der Unterschied zwischen 2. und 3. Liga relativ groß ist, dass sie da wieder oben mitspielen werden. Grafing. Wir hatten gestern ein Testspiel gegen sie. Ich würde sie ins C-Tier setzen. Wir haben zwar 1 zu 3 verloren, aber ganz einfach aus dem Grund, meiner Meinung nach, weil wir halt jetzt, also wir sind noch nicht so weit in der Saisonvorbereitung. Die Grafinger trainieren schon relativ lang. Und was ich bei Grafing halt auch ein Problem sehe, ähnlich wie bei eventuell euch, ähnlich wie bei eventuell Dachau, dass die guten Spieler, wenn die jetzt ein Jahr in der Liga spielen oder sich in der Liga gut machen, dann halt eins höher gezogen werden. Vor allem, wenn es da irgendwie Verletzungsprobleme oder keine Ahnung was gibt, hat man letzte Saison auch bei euch gesehen. Und das kann natürlich auch immer passieren, dass du dann einen Spieler verlierst. Und man muss dazu sagen, Grafing ist Aufsteiger und es ist schon sehr schwer, sich erstmal in der Liga zu etablieren. Ich würde sie trotzdem unter das Mittelfeld, also unter der Hälfte einschätzen und deswegen ins C-Tier. Kann ich ungefähr mitgehen. Grafing kann ich sehr schlecht einschätzen, weil ich lange nicht mehr gegen die gespielt habe. Ich habe mich nur mit einem von Zirndorf über sie unterhalten. Er meinte, dass sie eine recht junge Mannschaft sind, kann, denke ich, deswegen sehr gute Leistungen bringen, aber ist dann bei jungen Mannschaften oft auch das Problem, die Konstanz. Und wie du es auch gerade schon gesagt hast, vor allem, wenn junge Spieler talentiert und gut sind, dass die dann eher hochgezogen werden in die ersten Mannschaft bei denen. Ich denke, es ist bei ihnen sehr schwierig einzuschätzen. Aber ich denke auch nicht, dass sie sehr weit oben mit dabei sind. So ein A-Tier oder sowas glaube ich nicht, aber auch nicht, dass sie unbedingt einer von den direkten Abstiegskandidaten sind. Machen wir weiter. Man sieht es hier schlecht. Es ist schwarzer Hintergrund. Magretwitz, letzte Saison, zweiter Platz. Ich habe mir den Kader angeschaut im Portal. Das ist quasi das Gleiche. Und in Magretwitz wird sich auch nicht viel ändern. Natürlich werden die Spieler älter. Das sind alles erfahrene Drittligaspieler. Sie haben einen ultra krassen Heimvorteil. Aber ich finde ein Team, das letzte Saison zweiter geworden ist und sich nicht groß verändert hat, kann man eigentlich nicht weiter runter als A stellen. Gegenargumente? Ich kann sie auch nicht mehr einschätzen als du, weil ich bei dem Festspiel gegen die nicht mehr dabei war am Wochenende. Aber von letzter Saison und auch von der Spielerliste her weiß man, was sie können und werden nicht viel schlechter sein als letzte Saison, denke ich mal. Machen wir weiter mit dem ASV Dachau. Ich würde sie ins S-Tier stellen, ganz oben rein. Ganz einfach aus dem Grund, letzte Saison waren sie recht lang im Titelkampf mit Mühldorf mit dabei. Haben dann halt am Ende nachgelassen. Ihr Team ist quasi gleich geblieben. Die einzige Sache, die ich problematisch sehen kann, wo man eventuell Dachau dann auch weiter runter hier in... Ja, in B-Tier würde ich sie nicht packen, aber vielleicht in A-Tier packen könnte, ist die erste Mannschaft, weil die aktuell neun Spieler, glaube ich, haben. Da hatten wir auch Testspiel mit Herrsching gegen die. Der Flo Scheuer beispielsweise hat da auch mitgespielt. Und dadurch, dass Dachau alles, oder größtenteils junge, gute Spieler sind, kann es durchaus sein, dass sie damit hochgezogen werden. Und dann halt sich irgendwann festspielen und dann halt in der zweiten fehlen. Andererseits, wenn sie da die ganze Zeit mittrainieren, quasi das Team auffüllen und dann halt nur dritte Liga spielen, werden sie schon ganz gut sein. Ja, glaube ich auch, dass sie bei vorne mit dabei sein werden. Ob ich jetzt S- oder A-Tier sage, bei denen ist es schwer zu sagen. Sie sind auf jeden Fall nicht so ein Überflieger wie Mühldorf letztes Jahr. Also bei Mühldorf hätte ich gesagt, klar, S-Tier. Bei Dachau würde ich sagen, dass da der Abstand bei beiden nicht so groß ist wie bei Mühldorf letztes Jahr zur östlichen Liga. Und wie du auch gesagt hast, ist es schwierig einzuschätzen, wer hochgezogen wird. Ich habe gehört vom Diagonalangreifer, dass der öfter mal da bei der ersten mit dabei war. Und wenn der wegweilen würde, wäre das schon ein harter Schlag für Dachau. Ja. Deswegen finde ich es schwierig, da zu sagen, ob sie wirklich S-Tier sind, aber bei A oder S-Tier kann ich nicht gehen. Also ich glaube, bei dem mit hochgezogen werden, also ich würde das Risiko, dass sie oben eingesetzt werden oder sich oben festspielen, als gering einschätzen, aber es ist auf jeden Fall da. Ja, deswegen finde ich die Diskussion richtig oder den Punkt richtig, dass man eventuell sagt, wenn der Kader so bleibt, sind sie S. Wenn ein, zwei Spiele abgegeben werden, dann A. Als nächstes Oelsnitz, ihr Testspiel gegen sie gemacht, du warst auch dabei. Das heißt, du darfst wieder anfangen zu erzählen, wo würdest du sie einranken und warum? Ich würde sie in die Mitte einranken, bei B sowas. Testspiel ist schwierig zu sagen, da kann man nicht viel Schlüsse draus ziehen, aber sie haben den größten Teil ihres Gadas, haben sie behalten. Ein Mittelblocker, der bei ihm schon relativ wichtig ist, der ist anscheinend verletzt, auch wahrscheinlich ein bisschen länger, so wie ich es mitbekommen habe. Okay, das ist eine Kacke. Abgesehen davon sind auch, soweit ich weiß, alle fit. Und deswegen denke ich, dass sie ähnlich wie letztes Jahr sein werden, im B4 würde ich sie hinter Eibestadt ranken, weil Eibestadt auch einfach zu solide ist in der Liga und einfach Top 5 ist. Aber Oelsnitz würde ich knapp dahinter sagen, also auch mittelfeldig, aber nicht ganz in den Top 5 wahrscheinlich. Gehe ich mit, wenn du sagst, der Mittelblocker ist länger verletzt. Oelsnitz hat halt keinen riesigen Kader, aber alle Spieler, die man einsetzen kann, aber wenn man da dann ein bisschen Verletzungsprobleme hat und vor allem die Führungsspieler dann fehlen, dann kann das schon schwer werden. Aber ich glaube, man unterschätzt Oelsnitz auch immer. Erstens wegen den Heimfans und weil sie halt auch ein gutes Team sind und ich finde ein besseres Team, als die Einzelspieler eigentlich vermuten lassen. Und deswegen finde ich sie auch zu Recht. Du hast gut gesagt, Eibestadt ist wahrscheinlich ein bisschen drüber, nicht viel und Oelsnitz wahrscheinlich dann relativ bald dahinter. Jena finde ich auch ultra schwer einzuschätzen. Letzte Saison fand ich sie, waren am Ende besser in der Tabelle, als ich sie eigentlich eingeschätzt hätte. Und ich, also ich weiß nicht genau, wie ihr Kader, wie ihr Kader geblieben ist. Ich fand der, der Zuspieler, der ist, also wenn ich jetzt falsch liege, dann bitte verzeiht es mir, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, der ist ganz am Anfang der Saison gekommen und hat ihn dann halt, also war schon ein richtig guter Zuspieler und hat ihn dann auch Spiele gewonnen. Ich würde Jena ins C-Tier, glaube ich, packen. Ich bin mir nicht ganz sicher mit der Reihenfolge, aber das ist ultra schwer. Eins hat er nach vorne, ich glaube, letzte Saison waren sie auch in der Tabelle vor Regensburg, deswegen machen wir es einfach mal so. Deine Gedanken dazu? Ja, ich kann es, Jena kann ich auch sehr schlecht einschätzen. Wir hatten ja letzte Saison, hatten wir das letzte Spiel in der Saison gegen sie, das Abschlussspiel quasi. Und da wurden einige Leute auch verabschiedet von denen, also kann sein, dass sie da einige Abgänge haben. Deswegen ist es ganz schwierig zu sagen, aber ich denke auch, dass sie nur im Mittelfeld auch wieder mit dabei sein werden. Und ich würde sie auch ins C-Tier und da auch bisher vor Regensburg und Grafing packen. Ich packe mal uns zwei ans Ende. Friedberg. Ich mache jetzt einen Ballcall, wahrscheinlich wirst du da auch was dagegen sagen. Ich packe sie in D-Tier. Ich habe mir den Kader grob angeschaut. Soweit ich weiß, ist der Michi Hurler jetzt in Dachau, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und der wird ihnen schon sehr abgehen. Und deswegen würde ich Friedberg ins D-Tier setzen. Das ist auch wieder einfach aufgrund von mangelnder Informationen. Wenn ihr da gerne Informationen habt, dann gerne in die Kommentare damit. Luis, was denkst du? Ich würde da auch mitgehen. Ich habe auch nicht viele Informationen zu Friedberg, aber das mit dem Michi Hurler habe ich auch so mitbekommen. Also meine Infos zu gleichen. Ja, ich würde die auch in D-Tier packen, weil es immer schwierig ist, wenn du einen erfahrenen Zuspieler verlierst. Felix Gärtner macht es echt gut, aber es ist noch nicht so erfahren wie Michi Hurler. Und es ist immer schwierig, wenn man da einen neuen Zuspieler oder einen nicht so erfahrenen Zuspieler in die Saison geht. Deswegen würde ich die auch in D-Tier packen. Aber ich lasse mich da gerne auch vom Gegenteil überzeugen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da irgendwie andere Informationen habt. Oder wenn ihr da meint, dass Friedberg immer da oben sein sollte. Machen wir weiter. Zirndorf, du kennst sie ziemlich sicher besser, weil die kommen genau aus eurer Ecke. Aufsteiger zusammen mit Grafing. Klingt jetzt vielleicht hart. Vielleicht auch nur, weil ich sie nicht kenne. Also Aufsteiger haben es immer hart, habe ich bei Grafing schon gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Spieler sie dazu bekommen haben. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass Zirndorf so die letzten Jahre und auch die nächsten Jahre eventuell so eine Aufzugmannschaft wird. Weil sie halt einfach wahrscheinlich zu gut für die Regionalliga sind und da immer oben mitspielen werden. Aber meiner Meinung nach nicht gut genug für die dritte Liga. Wie auch gerade bei Friedberg, der Louis schon gesagt hat, ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen. Im Endeffekt, wir müssen irgendjemanden bei dieser Liste da in E-Tier packen, weil man kann das E-Tier nicht, finde ich, komplett rauslassen. Und ich finde, dass einfach die Rest, also auch zu Friedberg, meiner Meinung nach dann doch ein bisschen Unterschied ist bei Zirndorf. Und ich gehe davon aus, dass Zirndorf ziemlich sicher ein Mitabstiegskandidat oder zumindest ein Kandidat für den Abstiegskampf sein wird. Also in E-Tier würde ich sie nicht reinsetzen. Ich schwanke zwischen D- und C-Tier. Ich finde, dass Aufsteiger ist es natürlich immer schwierig. Aber E-Tier würde ich sagen, würde ich sie reinsetzen, wenn ich sagen würde, das sind ziemlich sichere Abstiegskandidaten. Und das sehe ich auf jeden Fall nicht so. Ich glaube, sie werden nicht ziemlich früh die Klasse halten können. Also werden sie auch, denke ich, mit in den Abstiegskampf der anderen Mannschaften gehen. Aber ich sehe da jetzt nicht, dass sie irgendwie schlechter Chancen als die meisten anderen haben oder bessere Chancen. Ich würde sagen, ist alles offen bei denen. Macht Sinn. Dann packen wir sie einfach in D-Tier. Ich finde das Argument, dass du sagst, E ist ein Team, wo du davon ausgehst, dass sie absteigen, finde ich ein gutes Argument. Und da sehe ich Zirndorf auch nicht. Wie gesagt, ich sehe sie als Abstiegskampfkandidat, aber nicht als Abstiegskandidat. Dann finde ich passt D-Tier. Perfekt, machen wir weiter mit VCO. Ihr habt ein Testspiel gemacht, dann fängst du vielleicht an und ich sage dann, was ich dazu denke. Wo würdest du sie einwerben? Ja, ich würde sie in D-Tier packen. Aus dem Grund, beim Testturnier waren sie nicht besonders gut. Nach der Leistung würde ich sie in E-Tier packen. Also da würde ich schon sagen, dass sie Letzte oder Vorletzte in der Liga werden. Aber das Turnier war anscheinend nicht so ausschlaggebend, weil da auch einige von den wichtigen Spielern anscheinend gefehlt haben. Deswegen würde ich sie höher einrenken. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie dieses Jahr auch die eine oder andere Mannschaft ärgern können und da auch nicht wenig Punkte holen werden. Stimme ich dir zu. Du meintest ja bei dem Vorbereitungsturnier, dass sie nicht so gut ausgesehen haben. Aber da haben wichtige Spieler gefehlt. Das war ja, war das letztes Wochenende, richtig? Genau, und da war der Liga Cup. Und ich weiß drei Spieler, Mati Burmann bei Dach, Janik Quetzoweit und Yoshi Huber, die bei Herrsching bei uns mitgespielt haben. Und die sind schon echt nicht schlecht. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass VCO-Spiele gewinnen wird. Und das ist nicht mehr wie die letzten Jahre immer mal wieder ein Team, wo du sagst, die sind sicher im E-Tier. Und wenn die nicht letzter werden, wäre das eine riesige Überraschung. Sondern ich glaube, dass sie teilweise mitspielen können. Das Problem ist, noch meiner Meinung nach, das sind halt ultra junge Spieler. Und deswegen würde ich sie auch nicht weiter oben hinsetzen, weil ihnen einfach die Konstanz fehlt. Dass sie irgendwie hier C- oder B-Tier sein würden. Und wovon ich auch stark davon ausgehe, ist, dass die Leistung vom VCO vom neuen Trainer abhängt. Soweit ich weiß, haben sie noch keinen. Aktuell übernimmt das, glaube ich, der Chris Hurler. Zumindest meintest du, dass er beim Vorbereitungsturnier dabei war. Er ist aber, wenn ich richtig informiert bin, der Auswahltrainer. Das heißt, er trainiert die Bayern-Auswahl-Mannschaft für Bundespokal etc. Aber nicht der Trainer für das Team VCO München 1. Kann sein, dass er das eventuell übernimmt. Dann wäre er natürlich ein guter Trainer für das Team. Kann aber auch sein, dass jemand anders das übernimmt. Und davon, glaube ich, hängt es auch ziemlich stark ab, wie gut die Mannschaft performen wird. Das Zweite, Yoshi Uba beispielsweise ist ja safe bei Hersching im Kader. Andere Spieler haben auch Kader, also Zweitspielrecht bei Bundesligisten oder Zweitliga, bei anderen Zweitligateams. Und das kann auch durchaus die Leistung beeinflussen, wie viel die dann dort spielen werden. Genau. Das heißt, VCO München ist für mich so ein Up-and-Down-Team. Ich würde sie aber generell ins D-Tier setzen. Machen wir weiter. Ich würde mit Schweig anfangen. Kannst du gerne ein bisschen drüber reden. Wo würdest du euch einranken? Ich würde uns ins Mittelfeld, in Seet hier würde ich uns einrenken. Weil wir eigentlich größtenteils, wir haben ein paar Leute von der alten Mannschaft verloren. Haben ein paar Leute dazubekommen. Auf jeder Position haben wir einen Ersatz gefunden. Sind auch wieder ein relativ solider, ordentlich großer Kader, wenn alle da sind. Also wieder, wenn alle da sind, 14 Leute. Ein großer oder ein Kern der Mannschaft ist auch geblieben. Also es sind viele wichtige Spieler sind dabei geblieben. Und deswegen sehe ich da schon für die nächste Saison eigentlich auch ganz gute Karten, dass wir wieder im Mittelfeld mit dabei sind, denke ich. Da will ich auch gar nicht mehr dazufügen, weil ich glaube, ihr könnt euch am besten. Noch ganz kurz, wo würdest du dich im C-Tier einranken? Ich würde an die zweite Stelle von links. Aber ich würde da auch Grafing und Dona-Wollis, würde ich auch tauschen. Aber ich denke, so ist es eigentlich. Da denke ich, kann ich so damit leben, ja. Dann zu guter Letzt, MTV. Ich würde uns in B-Tier ranken. Also von den Einzelspielern auf jeden Fall. Vom Teamgefüge her und so weiter. Das Einzige, was bei uns noch eine Problematik ist, sind Verletzungen. Weil wir zwar jetzt viele Spieler wieder da haben, die aber lang verletzt waren und noch nicht bei 100% sind. Deswegen sehe ich uns als Team, das am Anfang wahrscheinlich eher C-Tier mitspielt, am Ende der Saison dann nach oben angreift. Weil an sich haben wir einen echt guten Kader. Und deswegen sehe ich uns am Anfang, wie gesagt, wahrscheinlich eher hier unten mit dabei. Am Ende der Tenet ist ja hier oben, deswegen würde ich uns ins B-Tier setzen. Das heißt, obere Hälfte. Das ist die Tierlist. Schreibt in die Kommentare, wen ihr auf der Eins seht, wen ihr im S-Tier seht. Wenn ihr zusätzliche Informationen zwecks Kader von irgendwelchen Teams habt, die irgendein Team stärker oder schwächer machen, dann auch gerne her damit. Ansonsten, ich bin eigentlich mit dieser Tierlist relativ zufrieden. Und wir werden sehen, was die Saison ergibt. Und können das ja dann am Ende der Saison mit der Tabelle vergleichen. Perfekt. Dann viel Erfolg euch auf jeden Fall dieses Wochenende schon. Weniger Erfolg dann im Wochenende danach. Ich freue mich auf jeden Fall richtig auf die Drittliga-Saison. Es wird wieder viel Content geben. Ich freue mich auch schon richtig auf das Spiel gegen euch. Auf beide Spiele, aber jetzt erst mal das erste Spiel, weil das halt in einer Woche schon ansteht. Dann, ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem fürs Zuschauen. Für alle, die bis jetzt noch dran geblieben sind. Danke dir, Luis, fürs fleißig mitdiskutieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.